Schock bei Beerdigung. Hier fällt plötzlich die Leiche aus dem Sarg. In Mexico City stehen die Sargträger vor einem Problem. Der schwere Holzsarg mit dem Leichnam muss in eine der oberen Nischen. Eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Dann kommt auch noch Pech dazu. Das provisorische Podest, auf dem sie stehen, bricht plötzlich ein. Die Männer krachen zu Boden, der Sargdeckel springt auf, die Leiche fliegt raus. Einige Trauergäste wenden sich schockiert ab, andere eilen zu Hilfe. Der leere Sarg wird erstmal hingestellt. Wie es mit der Beerdigung weitergeht, ist auf dem Video nicht mehr zu sehen. Nach der großen Aufregung dürfte aber auch dieser Leichnam seine letzte Ruhe gefunden haben. So, wir lassen gehen. So, ich sage es um penis.